So Leute, hier sind wir auch schon wieder und hier geht's weiter mit Let's Play Rage. So, wir haben Lieferzeit und wir müssen dort jetzt hin. Und jetzt geht's auch schon ab direkt. Drei Briefe müssen ab und füllen wir das. Okay, dann werden wir das mal ein bisschen machen. Oh, oh. Au, wird beschissen mein Gehknoch dabei. Hört damit gar nicht gerechnet. So, da hinläuft schon irgendwie was. Sollt ihr auch? Ähm, ja. Wir müssen hier dann fahren. Aber ich dachte, das ist halt jetzt zu Mut. So, wir haben das schon gemacht. Ach, verdammte Kacke, ey. Ach, verpiss dich! Verdammt. So, da ist noch nie so was lassen. So, innen und weiter jetzt. Oh. Verpiss dich, ihr habt keine Zeitfeuer, scheiß Banditen gerade. Ich würde euch halt gerne platten, aber dazu ist es jetzt gerade mein nicht der richtige Zeitpunkt. Oh. Damit lass mich in Ruhe. Au. So. Wir haben es geschafft. Yeah. Das sind die mal geil. Geile Leistungen. Ziemlich schnell. Und gutes Geld. So, komm her, du Drecksache. Ich will noch mal machen. Willst du Cola machen? Ja. Komm her. Viel Erfolg. Danke. Zeit ist Geld. Ich mach's da fertig. Rede mit jedem. Es gibt eine Menge Jobs. Ja, genau. Und jede Menge zu entdecken. Und go. Ich glaube, ich sollte in diesen hochenden Passagen nicht zu überstehen. Ach, das ist ein Pisser, ey. So, schnell weg. Da ist der erste Postkasten. So, wir haben es geschafft. Keine Valuten, wir sind soweit. Da kommt schon der erste Affe. Yo. Wir wollen uns nicht auf die Wicke bauen. Ich hoffe, wir haben ihn wohl noch gefehlt. Zwei Postkasten müssen wir noch machen. Boah. Das erinnere ich irgendwie für Niko Speed so. Ein bisschen was dabei. Aber mit Postkasten natürlich nicht. Okay, ab geht's hier rauf. Ach du Scheiße. Der erste kommt schon auch gar nicht hinter. Nein, wir fahren überhaupt hin. Sind wir falsch oder sind wir richtig? Achso, wir müssen umgegangen. Okay, das ist gut. Das ist eigentlich gar nicht breit. Ich hab gerade irgendwie was gekostet. Wir rennen hier rum. Hä? Will der uns verarschen? So. Ja, hol doch ab. Oh, ich glaube, ich weiß nicht. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir mal schaffen werden. Ich glaube, das war ein Fail oder ein bisschen Fail werden, wenn ich ihn jetzt nicht beeile. Komm schon, wo ist das Scheißteil? Nee, ne? Nicht ganz hinten. Anscheinend wurde es. Jo, von ein paar Minuten gefehlt. Ich schätze mal, wegen der einen Abfahrt irgendwie, dass wir da hängen geblieben sind oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ich bin falsch abgebogen. Das war die Scheiße. Okay. Ab geht's. Das war Scheiße. Die Bremse, die sollte man eigentlich nicht so gut betätigen. Die Brotschnecke, die sonst was. So. Wow, was machen wir hier? Ich wollte ja gar nicht langfahren. Okay. Hä, was? Jetzt auch ein Passkosten? Können wir jetzt wieder neu beginnen oder sonst vielleicht irgendwo? Rennen neu starten, super. Da haben wir's direkt. Ja, krass. Wir hätten am Postkasten am Arsch der Welt hingestellt. Das ist auch mal ne Sache für sich. Okay, gut, wie funktioniert. Und go. So, schon ein viel besserer Start. So. Wow. Weiter geht's. Wie geil. Ein Schuss richtiger und bei Liegen sind sie bei dem A. So. Ab und weg. Weiter geht's. So, Postkasten 1 und Postkasten 2 sind gar nicht mehr so schwer. Schon mehr die dritte und der vierte. Beziehungsweise der vierte, der hat eine richtig, ja, weite Strecke vor sich. Jetzt geht's weiter. Hey, ich hoffe nicht, dass das mein Wagen irgendwie ist, wenn ich hier zu Schrott fahre, sondern den von Kurias. Dann stürzt man hier nicht mehr so, wenn der nicht komplett geschrollt wird. So. Eine Minute und Monster-Support haben wir noch. Dumm, dumm. So. Ach, hier wäre er lang. So, das hier. Jetzt habe ich mir nicht verkuckt gehabt. Aber ich glaube, diesmal sollten wir es auch nicht schicken. Ah, schade, es ist nicht im Arsch gegangen. So. Und der letzte. Aber es war noch ein bisschen die Ballett mit der Schutte. So. Dumm, die Mordesblatt. Jetzt hat er kaum genug. Ja, das war schon alles. Ach, so zäure, die kriege ich mir. Keine Bange, ich hoffe, ich soll uns das mal ein bisschen schaffen. Hoff ich mal. Oh, das ist knapp. Die hätten ja auch mal die Meteranzahl draufschauen sollen. Aber da vorne ist das schon. Da haben wir 15 Sekunden. Na, komm, werden wir es noch schaffen. Trotz. Wem. 4. 3. Sauber. Und zwar gut, vielleicht mit Crash, aber wir haben es geschafft. Sauere Leistung. Also diesmal war es schon echt ein bisschen spektakulärer. Das ist der letzte Job. Da könnten wir theoretisch, ja, nochmal einen Angriff nehmen. Machen wir. Machen wir. Ich hoffe, er hat diesmal sechs Briefkästen oder sowas da und bestimmt noch mit dieser einbeschissenen Rampe. Und die wird wohl erscheinend bestimmt zuletzt da sein, ja. Sechs Briefkästen. Mh, Express. Oh, ich glaube, er hat es geschafft. Das ist schon mal die erste Ausgabe. Und wieder zurück. Oh, ich glaube, der weiß jetzt... Ach, das ist ein Scheiß. Der weiß nicht, falls die Achse raus ist, wenn er diesen crasht. So, das ist Geschichte. Da hinten ist schon ein Briefkasten. Das ist schon mal so gut, den zu sehen. So ansatzweise. Wow. Das war scheiße. Ich habe leider keine Zeit für euch. Oh, ich war falsch. So, jetzt müssen wir gut gefahren. Hier hoch. Das ist echt ein komischer Strecke als Brieffahrer hier. Oh, wo ist der Scheiß? Wow. Wuhu. Das ist echt so eine komische, richtige Strecke. So. So, jetzt hier vorne rechts, wie es anscheinend. Ja. Da ist er. mal an. Da ist er. Uh, was ist das für ein Scheiße? Was ist das? Ein Lack, auch noch mit dabei. Ach Gott. Ja, geht ab die Kacke. So, weiter geht's. Eine Minute noch für drei Briefkästen. Ich hab mir nie ein Leben. Was soll denn, die sind ja nicht mal mehr so weit entfernt. So, hier wieder hoch. Ein paar Schwinge. Auf den Highway zum Briefkasten. Komm mal ran, ich brauche jetzt immer den Gnoss hier und bin nicht durchgearscht. Da vorne ist der nächste, kann ich nicht einfach irgendwie vordriften. Okay, wir fahren genau ran. So, weiter. Uh. Okay, das wird jetzt wirklich übel. Au. Puh, ich glaub, das ist, ähm, der vollerste Briefkasten wäre es nicht gewesen. Aber schafft ihn sowieso nicht mehr. Das ist einfach nur zu krank. Ja. Ne, wir machen weiter. Das ist ein bisschen zu krass. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr übeln. Die hab ich zurzeit nicht. Deswegen verschieben wir es einfach mal ein bisschen. Äh, wir gucken jetzt erstmal an, was für eine Quest wenn man kann. Die Burras Herausforderung. Äh, Sallys Belohnung. Oh Gott, oh Gott. Fahr nach Nordosten zum Krater. Einige über die Rede mit Jackie Wicks über ein Cuprino. Okay, also müssen wir rennenfahren, damit wir irgendwie weiterkommen, glaub ich mal. Von dieser Handelsroute werden können wir alle profitieren. So, Rosalau. Hier. Jackie Wicks, Husten, Starkey, Rusty, Seraphine und Oli. Wie hieß der Typ nochmal? Jackie Wicks. Ist der denn der Typ? Auf der Suche nach einem besseren Satzreifen? Ja. Könnte man so sagen. Bloß ob wir das Rennen gewinnen wären. Dies und noch viel mehr wären in den nächsten Folgen sehen. Wenn's wieder heißt, let's play Rage. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.